Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFA mit mir, dem Racer. Und ja, wie ihr es im Titel entnehmen konntet, ist das eine Special-Episode. Und wir sind nicht Bob, sondern Rüdiger. Und Rüdiger hat keinen Bock auf seinen Job, denn wir haben Montagmorgen, kurz vor sieben, keine gute Mischung mit einem schlecht gelaunten Cop. Und deswegen heiße ich euch hier herzlich willkommen zu LSPDFA Assi Edition. Ja, ich dachte mir, und ich habe es auch schon oft in den Kommentaren gelesen, die sollen mich mal so richtig asozial verhalten. Und deswegen, ja, bleiben sie jetzt erstmal stehen. Ey, sie bleiben stehen. So, ja, wir sind jetzt einfach mal richtig asozial. Deswegen habe ich hier mein Auto geparkt. Wir haben aber null Bock auf unseren Job. Als Cop. Deswegen wird das auch Roleplay for the win nicht. Und wir fahren jetzt einfach mal los und gucken, wie wir uns als Cop verhalten. Und dafür halten wir den vorne erstmal an, ja? Wir halten den an. Bleiben sie stehen. Bleiben sie stehen. Okay, der flüchtet. Alles klar. Ich habe keinen Bock hier, ja? Wir haben keinen Bock auf unseren Job. Das heißt, sie müssen jetzt richtig asozial sein. Bleiben sie stehen. So. Steigen sie mal aus. So. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ey. Ey. Hier, ja. Sie rennen nicht vor mir weg. Nein. Sie rennen nicht vor mir weg. Bleiben sie stehen. Bleiben sie stehen. Ey. Arschloch. Haben sie verdient. So, ihre Karre. Bleibt hier stehen, ja? Kann sich ihr Verwandter dann abholen oder so. Wir machen weiter. Wir lassen den Einsatz zu stehen. Nee, so da. Ich habe keinen Bock hier mit dir. So. So daher, dass wir auch asozial sind. Verwenden wir uns die Sirene, um über rote Ampeln zu kommen. Ähm... Halten wir noch jemanden an. Anhalten ist witzig. Lassen sie mal stehen. Komm. Wird der stehen? Oder? Nee, sie sind scheiße, ja? Pass auf. Ähm... Ja. Ah! Ihr Rücklicht ist, by the way, kaputt. So, ihr Rücklicht ist kaputt. Ja? Sind der Bedrohung für den Straßenverkehr. Und weiter geht's. Diese Karre ist auch nicht mehr so toll. So, wollen wir mal... Äh... Lass mal auf. Also, das an dem Auto hier gefällt mir gar nicht. Dann nehme ich hier. Moment. So. Kann ich nicht drüber gehen. Hier in dem Auto ist nicht mehr straßenzulässig. Ja, das müssen wir, glaube ich, mal sofort abschleppen. Weil der Besitzer... Hat... Hat... Ein... Nicht... Straßenzulässiges... Ah! Auto. So, das ist er abschleppen. Tut mir leid. Hallo, Göttingi, das Auto. Hallo. So. Ja, sie haben mit mir nicht geredet. Und weiter geht's. Jetzt haben wir den Einsatz. So ein Police Vehicle. Wer klaut hier die Polizeiautos, ja? Das geht gar nicht klar. Deswegen muss ich nämlich mit der Kacke hier rumfahren, ja? Aber ich glaube, das lassen wir nochmal durchgehen, solange es uns das Auto wieder gibt. Jetzt bleiben Sie mal stehen. Ey! So. So, wir haben ein neues Polizeiauto. Neu, jetzt ist der Maus. Und da ist noch jemand drin. So. Wir haben eine neue Kollegin. Die freut sich. So, wir haben Code 4. Boah. Emergency Carjacking? Nö, das machen wir jetzt nicht. Ich meine, wir brauchen ja ein neues Polizeiauto, ne? Das ist ja ganz klar. So. Haben wir noch irgendwas? Officer Activated Panic Button. Okay. Fahren hier hin. Und gucken mal. Wegen wem ich jetzt hier zum Einsatz muss. Wer hat den Panikknopf gedrückt? Welches Arschloch hat den Panikknopf? Wann ist das eher Sie? Herr Kollege, ja? Wegen Ihnen. Nehmen Sie mal. So. Bleiben Sie erst mal hier. Wenn Sie. Wieso drücken Sie den Panikknopf? Ja. So. Ich habe ein neues Polizeiauto. Ja, Sie können das hier mal machen, den Fall, ja? Wir haben ein neues Polizeiauto. Oh, die haben einen Aufwahrunfall gemacht. Finde ich gut. Oh Gott. Oh, Assikop. Nochmal. Ne, das machen wir jetzt nicht. Haben wir noch irgendwas? Stonebuzz? Stonebuzz? Ne, ne. Hier, da. Ich habe keinen Bock auf die Stadt. Mensch. Ich hasse. Ich hasse Verkehrsschäger. Ich mochte die doch nie in meinem Leben. Ah, jetzt beruhigen Sie sich. Ja, ich bin hierher der Straße. Vorsichtig aus dem Weg. Oh, das tut mir leid. Mensch. Da hätten Sie aufpassen müssen. So, hier. Sie haben ein kaputtes... Eine kaputte... Ein kaputtes Heck. Ja. Jetzt hören Sie auf, rumzuhupen. Mensch. Na, hier ist... Wieso sterben Sie? Au. Sie fährt da nicht um. So, ja, ne. Das war jetzt auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich bin ein Officer. Ich brauche Adrenalin. Wuhu. Officer Rüdiger hat keinen Bock auf seinen Job. Officer Rüdiger hat auch keinen Bock auf Motorradfahrer. Den wollte ich nicht runterhauen. Ich habe den nicht verfehlt. Officer Rüdiger hat keinen Bock auf Motorradfahrer. Rüdiger hat keinen Bock auf den Motorradfahrer. Ne? So. Haben wir noch was? Solicitational. Jetzt müssen wir doch das machen. Können Sie die Leute richtig abfacken? Da habe ich jetzt Bock drauf, ja? Weil ich als Polizist... ...hasse meinen Job. Na ja, Search for Possible Hooker. Hier, Hooker. Da. Da, auf jeden Fall ist es eine Nutte hier. So, tschüss. Ich hasse Nutten. Hier, da. Giss es. So. Oh, wir haben fünf Punkte verloren. Das ist aber blöd, ja? Der Dispatch ist bestimmt getäuscht. Traffic Stopped. Traffic Stopped back up. So. Aber da gehen wir hin. Ich meine, ich möchte meinen Kollegen Hilfe leisten, ne? Ist ja ganz klar, dass ich den Kollegen helfen möchte. Deswegen gehen wir hin. So. Oh, er flüchtet. Hättest du noch besser aufpassen sollen, Herr Kollege, ja? So, passen Sie auf. Ich schnappe mir die Bonuspunkte. Ich möchte befördert werden. Ich schnappe mir die Bonuspunkte, ja? So, der Herr. Schauen Sie mal aus. Schauen Sie bitte aus. Ne. So. Einsatz abgeschlossen. Einsatz abgeschlossen. Was noch weh. Ich hab keinen Bock mehr auf die Karre, ja? Da vorne ist eine Zapfsäule. Puh. Scheiße. Das war alles geplant. Officer Rüdiger ist er nicht so gut im Fahren. Da probieren wir noch mal. Ja, komm, fahren Sie durch. Officer Rüdiger hat keinen Bock auf seinen Job. Officer Rüdiger verkackt immer. Toll. 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 Pass auf. Ich hab ne Idee. Hey, aussteigen, aussteigen. Hey, aussteigen, aussteigen. Den ja. Den ja. Achso, ich kann den nicht anhalten, ne? Dann pass auf, haben wir noch nie. Idee. So, wir haben Plattenreifen, die müssen wir hier rechts ranfahren. Also fahren Sie bitte rechts ran. Rechts ranfahren, hab ich gesagt. Loll. Oh Gott, wir sind da Schießerei. Oh, oh. Lassen Sie mich mal hier rein. Ja, danke. Ich bin da mal weg. Ja, können Sie alleine mit zurechtkommen, ja? Können Sie alleine mit zurechtkommen. Wir fahren hier weg. So, hier, ich helfe Ihnen sogar jetzt ein bisschen so. Komm. Ah, wir sind bei der Polizei. Kein Bock auf meinen Job, ja? Oh, Entschuldigung. Park. Oh, Katze, die überfahre ich nicht. Na, so freundlich bin ich noch jetzt. Oh, guck mal, der Einkaufsweg, sind alle kaputt gegangen. Das ist aber blöd. Ey, sie stehen da im Weg. Oh, der Zaum, sie auch ersetzt werden. Natürlich ganz blöd. Oh, der BMW. Das tut mir jetzt leid. Oh, wollen Sie ein bisschen Wasser? Hier haben Sie Wasser. Officer Down. Ja, zum Glück, Alter. Hoffentlich gibt es die Polizei hier bald nicht mehr. Hat been shot. Ja, finde ich gut. Von wem denn? Von wem denn? Wer, wer bekommt das Glück heute? Die nette Dame hier. Passen Sie auf. Brennen Sie mal nicht weg. So. Bleiben Sie mal stehen. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie mal auf den Boden. Ich habe gute Neuigkeiten für Sie. Komm. Nehmen Sie fest. Alles erledigt. Aber, nein, gut, sie haben mir einen Gefallen getan. Dann lasse ich sie wieder frei. So. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weiterleben. Eine schöne Weiterleben möchte ich Ihnen. Wir machen weiter. Oh, guck mal hier. Wahnsinn. Ich bin jetzt im Weg. So. Er sagt, Police Station. Nur haben wir auch keinen Bock drauf. Na, können Sie verrecken. Oh, hier bleiben Sie mal stehen. Komm. Heißkampf ist. So. So. Hallo. Einmal bitte Ihre ID. Komm, geben Sie mir die ID. Alles ist gut. Marc. Isländer. So. License is valid. No active wearants. No active wearants. Ist ja langweilig. Pass uns auf. Hier. Warte mal. Ihr Auto ist nicht mehr. Ey, ihr Auto ist nicht mehr straßenzulässig. Messing with me. Oh mein Gott, der haut uns. Ey. So. So, jetzt. Ey, jetzt kommen Sie. Komm. Komm, hier. Ihr habt einen schlechten Tag. Wir machen so weiter. Ihr Auto war kaputt. Das können Sie nachher sehen hier im Bericht. Und Sie haben sich gewehrt. So, hier. Wir haben Sonderrechte. Wir dürfen hier vorbeifahren. Ah, gehen Sie aus dem Weg. Oh, das tut mir jetzt leid. Mensch. Organized Street Race. Wo ist denn das? Wir haben Vehicle Racing in. Wo sind das? Da hinten. Okay. Wir haben ein illegales Straßenrenner. Ha. So, wo ist denn das Wettbüro? Wo ist das Wettbüro? Ich möchte ja natürlich hier wetten, wer hier gewinnt. Mit Sonderrechten fahren wir doch mal hin, weil ich möchte natürlich der Erste sein bei dem Event. Wo sind sie denn? Da hinten. Ach, die sind schon dabei beim Rennen. Ach, das finde ich aber nicht freundlich. Hätten Sie immerhin warten können. Mann, gibt's doch nicht. Ein Pillbox Hill, ja. Können Sie mich mal mal ausstecken hier. Wo sind sie? Okay, sind sie hier lang. Waren sie aber ziemlich schnell, weißt du? Also, gucken, für wen müssen wir uns die Fahrzeuge anschauen, für welchen sie mal sind. Mann, die fahren ziemlich schnell. Ah, die sind oben lang gefahren. Das ist aber nicht gut jetzt. Mensch, die fahren uns hier ja noch weg. Mann, ich möchte ja meine 500 Euro umgesetzt. Gibt's ja nicht. Oh, Motorradfahrer, das tut mir aber leid. Ich hasse Motorradfahrer. Also hier Mülleimer, die Stadt kann verdreckt sein hier im Müll, ja. Ist mir scheißegal. Oh, Motorradfahrer. Das ist aber blöd. Wir kriegen die hier nicht im Straßenrand, das gibt's ja nicht. Ich möchte meine Wetten platzieren, Mensch. Oh, machen Sie Platz, komm. Motorradfahrer, ja. Komm, das bringt dir nichts im Straßenrennen. Terrorist Attack, nö. Hier, Motorradfahrer. Letzter Abschaum der Straßen, ja, ja. Oh, das tut mir aber sehr leid. Hier, da, Gruppe von Menschen, ist natürlich blöd. Oh, hier, Jogginghosen, hm? Hä? Oh, Motorradfahrer. So. Die Ampeln sind auch voll übergewertet. Oh, wir sind ja vor dem Rathaus etwa. Die müssen wir vor dem Rathaus. Müssen wir hin, das Rathaus muss aber schön an. So, die Fassade ist eine neue Anstriche, die hier auf dem Boden ist. Die müssen wir schön an. So. Oh, Bänke. Ja, mhm. So. Komm, geht's aus dem Weg. Ich muss rumdenken. Bereit. Das sind Baustellen. Also in Ihren Prozent jetzt, wo machen Sie die Pause? Hallo. Ich glaube, mir ist keiner okay. Guck mal, das Auto hat zum Kampfer. Ja. Und man muss gerade sagen, Hauptdachlose. Sieh mal, ich sorge nur dafür, dass hier auch gerade los ein Blut haben. Ja. Nennt sich dann aber mir bedanken für die Stadt. Oh, das tut mir leid. Jetzt haben wir ein kaputtes Auto. Hier Parken wurden auch komplett überbewertet. Menschen sind auch komplett überbewertet. Alles ist überbewertet hier. Überbewertet. Das ist aber blöd jetzt. Jetzt kommt es denn weg. Ja, das wird mir jetzt zu blöd als Polizist. Ich glaube, äh... Jetzt haben Sie den Kaffee freigelassen. Ey, wir verschmutzen die Stadt. Mensch. Man sah alles kaputt, ja. Ja, das gefällt mir gar nicht. Guck mal, ein schöner Blut. So, das ist der Kaffee freigelassen. Die Lichter sind alle kaputt, die Scheiben sind kaputt. Ja, dann total Schaden. Das mal abstochen lassen. So. Ey, au. Okay, ich glaube, wir machen für heute mal Schluss. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele die Folge hassen werden und einen Daumen nach unten geben werden. Aber ich wollte es einfach mal machen. Einfach mal eine Assi-Edition von LSBDF-R raushauen. Einfach mal just for fun. Ab nächster Folge geht es wieder weiter. Mit normalen LSBDF-R. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao.